Schon unterwegs. Ich will so gerne die Fässer zum Explodieren bringen. Und wie wäre es mit einer Granate? Wow, knapp. Ich glaube aber nicht, dass die tot sind. Da kommen noch mehr. Ich treffe den noch nicht mehr. Der gesessen. Ich weiß nicht, wie viel ich überlebe. Noch einen Schuss und ich bin Geschichte. Oh! Oh, 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 nicht drauf gehen. Oh weh, da steht noch einer. Ich habe ganz schlechte Karten, sonst... Warreck. Keine bösen Überraschungen, bitte. Wäre sonst richtig mies. Hier unten irgendwo. Gute Nacht. Ja, geht doch. Hm, sicherlich. Okay, gehen wir zum Pier, würde ich sagen. Können uns aber vorher noch mal umbringen. Warum nicht? Ganz, ganz easy. Bisschen weniger Kohle, dafür aber mehr Energie. Taxi! Aus da. Nice. Anonymer Kontakt, gucken wir, wer das ist. Kann mir schon fast vorstellen, wer das ist. Hoffentlich erwischen wir bald auch mal Dimitri. Verräterratte. Verräterratte. Nix! Jep, die habe ich. Ich springe den jetzt an. Naja. So schnell geht das. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Ich bin ein DJ-er. Call and collect. Ah, ich sage das der polizist. Wo hast du dich? Hey. Wann dich hier sehen, Officer McGreery? Ich habe dich gesagt, dass du hierherst. Ich habe dich hierherst. Warum? Ich weiß über dich. Ich weiß über dich. Ich weiß genug, Mann. Oh, was du wissen, Mann? Ich weiß, du hast michein. Ich weiß, du hast michein. Ich weiß, ein Grupp von Russen will dich tot. Ich weiß, du kein Saint, Mann. Ich weiß, was du bist, Mann. Ich weiß nicht, was du sprachst, Herr Herr. Du denkst, dass du hier eine Stadt kannst, das ein secret ist? Ich weiß wirklich nicht, was du sprachst. Ja, du denkst. Du denkst, dass ein Mann muss machen, was ein Mann muss machen. Dass die Leute nicht perfekt sind, dass die Leben ist ein mess. Klar, jeder weiß das. Ich weiß nicht. Also, du schaust für mich, und ich schaust für dich nicht. Huh. Know was ich? Ich denke so. Also, ein Mann versucht mich zu schrauben. Wer? Ich weiß nicht. Er denkt, dass er bezahlt wird. Der Mann ist smart. Er hat den Eingang mit dem Humboldt-River auf Silicon Street gemacht. Er sagte, dass er ihn aus der Sicht, von der Sicht. Okay. Listen. Ich habe das, was ich habe gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Das macht mich nicht zu schrauben. Obviamente, ich kann nicht gehen, weil er dann eine Bildung von mir, dem Geld zu geben, und ich verabschiede mich. Ich bin nicht zu schrauben, außer als ein Mann zu sein. Wenn ich ehrlich bin, ich wirklich nicht interessiere, eine Art oder andere. Ich bin ein guter Mann. Keine Wahrheit. Calle mich, wenn du nach dem Platz gehst. Toll, er macht die Drecksarbeit doch nur für den, weil er genau bescheid weiß über ihn. Ich wette, der zahlt noch nicht mal gut. Beziehungsweise gar nicht. Frenchisch. Ja, die Männer müssen leiden. Aber nur heute. Malaka. Holy shit, ist das weit weg. Nimm mal ein Taxi. Geht so. Ah, da ist der Punkt. Ich bin in dem Park. Jetzt was? Okay. Dieser Mann hat mir gesagt, das Geld da und ihn telefonieren. Das bedeutet, dass er irgendwo nahe ist. Und er hat ein Telefon. Ich werde dir seine Nummer telefonieren. Du musst ihn telefonieren. Du musst ihn telefonieren und behalten, dass jemand ein Telefon antwortet. Er wird nicht weit. Okay, dann brauche ich aber jetzt die Nummer. Okay, das ist die Nummer. Anrufen. Hm, sollte ich da runter gehen oder sollte ich hier bleiben? Ich glaube, ich gehe mal runter oder kann ich durch die Dinger gucken? Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe ihn. Doch nicht. Das ist er. Das ist er. Tom Goldberg, der ist wirklich interessiert. Er ist hauert von Macreary's Blut und so. Ja. Gut, dass Francis bezahlt. Schau mich, wenn dieses Eingang geht. Ich mag nicht all das Gespräch. Ja. Ja. Okay, das war jetzt alles? Was ist der Typ? Kann ich nicht verprügeln? Oh, müssen wir jetzt sogar stellen? Das kann natürlich auch sein, weil ich habe die Mission noch nicht geschafft. Hallöchen. Jetzt können wir nur ausschalten. Oh, guck mal, wie der rennt. Ich glaube, wir können ein bisschen mit dem spielen. Komm her. Tritt. Tritt. Oh, den Baseball-Schläger. Komm her. Feige Sau. Och, das ist ja kein... Das macht doch gar keinen Spaß. Geht doch. Oh, die kriege ich doch alles mit. Lame. Weg, 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 weg. Weg. Ich glaube, ich bin gleich schon aus dem Fahndungslevel raus. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, shit, oh, shit. So ist gut. Guck mal, dass ich eigentlich einen dritten Stern bekommen habe. Einfach nur weg. Weg, weg, weg! Hier so rum geradeaus und fertig. Na, ist aber natürlich genau einer vor mir. Shit, ich hätte sie abbiegen sollen. Wow! Krieg mich sogar noch da runter. What the fuck? Oh mein Gott. Der hat mich fast abgeknallt. Kein Bock, dass mein Fahndungslevel noch größer wird. Gott, wie viele da oben sind. Shit. Ah, das ist nämlich getroffen, das ist lame. Kacke. Die verfolgen mich bis zum bitteren Ende. Irgendwie aber in die komplett falsche Richtung. Finde ich gut. Wenn ich mein Fahndungslevel unten los. Komm schon von vorne, die Schweine. Die sehen mich aber hier nicht, geil. Das können wir ausnutzen. Ha. Hat sich doch noch gelohnt. Perfekto. Holy shit, wie kommen wir in das Motorrad? Oh, komplett umzäunen. Fuck. Hm, hier muss man irgendwie reinkommen. Können wir da hinten irgendwie hochklettern? Das wäre richtig genial. Hier könnten wir drüber. Oh, das ist sogar offen. Hä, da mit. Helm aufsetzen und Gas geben. Mein Ding. Oh, shit. Oh, shit. Okay, fahren wir die Treppen hoch. Ganz easy. Wir bringen denen das Gerät und haben schon die Mission geschafft. Ah, shit. Walsch ist das. Oh, die will zurück nach San Andreas. CJ wurde garantiert schon über den Haufen geknallt. Ist ja quasi über 20 Jahre später. Oh, ich stell das Ding hin ab. Oh, ich werde da nicht runterfallen. Perfekt. Er ist tot. Great. Ich kann jetzt riden. Ich fühle mich jetzt aus. Ich fühle mich wie ein neuer Mann. Nicht viele Leute bekommen eine zweite Chance wie so. Das ist meine Redemption. Deine Sins sind absolviert, ich glaube. No. Gereinigt. Fuck den Typen. Ich hasse den. Hey, yo, Taxi. Yo, Taxi. Genau. Raus. Wir wollen uns wieder. Ich weiß. Ich weiß was, was das ist besser? Einmal mit mir. Fasch особ. Danke dir. Ich weiß. Tschüss. Reggae! Idiot! Bitch! Rondo, you want blood clad? Cause I didn't even bomba clad rater. Stop speaking that gibberish! Fuck bomba clad pussy old girl, you know what it is? Fuck you! Hey yo! Don't touch this! Hey hey hey! What's wrong? What's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him. But some people he introduced me to have ripped me off big time. And put the heat on me. I know they did. Alright alright alright. And my fart in the raster. And my blood clad. Well now Jacob! You don't come in on me face! Alright! You better hope Nico can make this right for you then! Oh what? Oh we got a big fucking problem raster! Nico! Go do this fool's job for him! Yeah I got it. See you later. Okay. Das alte Krankenhaus. Müssen das Koks zurückholen. Ey yo Taxi! Fahr nur noch mit dem Taxi. Echte Gangster fahren nur noch mit dem Taxi. Haha. We're going to- Got it. Sorry man this is the clothes I can get you. Na perfekt. Irgendwo mal im Krankenhaus. Das ist Skale-Fisch. Imported straight from Bolivia, Mannito. Polvo Puro. The best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico, or Colombia, or wherever, why do you all run across the border? Tell me that.